Bevor du ihn kennenlerntest, hattest du viele Freunde. Nach und nach verschwanden sie. Zufall? Nein. Dich zu isolieren von deinen Freunden und deiner Familie ist nur ein Puzzlestein im Werk des Narzissen. Schauen wir uns das mal genauer an. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir glücklicher zu lieben. Die Angst, verlassen zu werden, ist für den Narzissen äußerst bedrohlich und seine Reaktion in seiner mangelnden Selbstsicherheit ist Eifersucht. Er wird versuchen, dich zu isolieren und dich ganz für sich zu haben. Seine Aussage, mein Schatz, bekommt da eine nicht mehr ganz so romantische Bedeutung, sondern kann sogar wörtwörtlich genommen werden. Deine Bindung an ihn und damit auch dein Ausgeliefertsein lässt sich für ihn nur durch Verringerung deiner sozialen Kontakte und durch Kontrolle erreichen. Isolation des Partners ist eines der absolut grundlegenden Strategien des Narzissen in einer Beziehung. Wie hat er es geschafft, dass einer sozial verbundenen Frau mit beruflichem und privatem Netzwerk, die gerne mit anderen Menschen zusammen war, eine so auf ihn bezogene und von ihm abhängige Frau zu machen? Kontrolle und Trennung sind die Antwort. Er wird dir auf Instagram, Facebook und Co. folgen und nicht nur schauen, wer dir folgt und was deinen Follower schreiben, er wird auch prüfen, wem du folgst und was du kommentierst. Vielleicht dachtest du zu Anfang, es wäre sein liebevolles Interesse an dir und deinen Themen. Als er sich in den sozialen Medien mit dir vernetzt hat, deine Beiträge geliked und kommentiert hat, das hatte für dich vielleicht die Bedeutung von gesehen und gemocht werden. Für ihn war das Ziel ein anderes. Er sieht nicht nur, wer dein soziales Umfeld ausmacht, sondern auch, wie nahe du dem anderen stehst. Ebenso weiß er, dass seine Kommentare von deinem sozialen Netzwerk gesehen werden und jeder weiß, welche Rolle er in deinem Leben spielt. Der Wunsch, dich zu kontrollieren, kann auch etwas unscheinbarer daherkommen. Zum Beispiel, indem der narzisstische Partner dich immer wieder zur Arbeit oder zur Uni fährt und viel Interesse an deinen Kollegen oder Kommilitonen hat. Wer sind sie? Was machen sie? Sind sie in einer Beziehung? Ein netter Zug in einer normalen Beziehung. Eine Sammlung von Informationen für die spätere Verwendung bei einem Narzissten. Das ist der Beginn einer strategisch gut geplanten Machtstruktur, in der er zunehmend die Kontrolle gewinnt. In jedem sozialen Gefüge gibt es Differenzen, die der Narzisst feinsäuberlich erkennt und für sein Vorhaben ausnutzt. Die Trennung von dir und deinem sozialen Netz oder Familie. Für dich kann das mit einem liebenden Auge auch aussehen, wie ein aufrichtiges Beistehen oder der Hilfe, eine Konfliktsituation zwischen dir und deinem Umfeld objektiv zu beurteilen. Er wird da schon ahnen, dass der Partner die Auseinandersetzung analysiert und nutzt, um einen Keil zwischen dir und deinem Umfeld zu treiben, dich damit zu isolieren und verstärkt an ihn zu binden. Der Narzisst ist ein Meister der Manipulation und er versteht es sehr gut, unter dem Radar zu fliegen, unentdeckt und ohne deinem Argument zu wecken, sein klebriges Netz um dich herum zu strecken. Er sieht Zweifel, ob deine Freunde oder deine Familie wirklich an deinem Wohlergehen interessiert sind. Und nachdem er seine ersten Tests gemacht hat und weiß, wie sehr du auf ihn hörst und wie wenig Widerstand von dir kommt, wird er anfangen, schlecht über andere zu sprechen, die dir wichtig sind. Gleichzeitig wird der Narzisst versuchen, die Verbindung zwischen dir und ihm zu stärken, indem er dir klar macht, er sei alles, was du brauchst. Vielleicht wird er sogar direkt daran setzen, dass du die Kontakte zu deinem Umfeld einschränkst und mehr mit seinen Leuten zusammen bist. Menschen, die ihn bewundern und sein falsches Selbst wird unterstützen. Wenn du mehr über Liebe und Partnerschaft wissen willst, gib mir ein Like, abonnier den Kanal und denk da dran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch über zukünftige Videos immer informiert wirst. Er sagt schon was Sektenartiges und erinnert an einen Kult, wie sehr er alles auf sich ausrichtet. Er ist gleichzeitig Gott und Prediger und du sollst nur diesen einen Gott verehren, sonst wird er ärgerlich und du wirst seinen Zorn spüren. Über kurz oder lang werden deine Freunde auch von ihrer Seite aus die Kontakte mit dir einschränken, weil du immer mit deinem Partner zusammen bist und sie seine Art nicht mögen oder aber, weil sie immer mehr eine Veränderung bei dir wahrnehmen, sie nicht verstehen oder sie sogar nicht mögen. Gleichzeitig wird ein Narzisst seine Kontrolle über dich ausbauen, indem er dich zigmal anruft, während du auf der Arbeit bist. Das hört sich anfangs fürsorglich und liebevoll an, doch ist alles nur geil seines Plans. Du bekommst Textnachrichten. Wo bist du gewesen? Was machst du? Warum brauchst du so lange, um nach Hause zu kommen? Ich liebe dich so sehr, sende mir ein Bild von dir und deiner Umgebung. Ich will wissen, was du gerade machst. Entsprechend kann auch bestrebt sein, dich vom Arbeitsplatz zu isolieren. Er verdient ja genug für euch zwei und dann kannst du dich auch viel besser um eure Kinder kümmern. Kinder sind sowieso ein wunderbares Mittel, dich an den Narzissen zu binden. Mit gemeinsamen Kindern kann der narzisstische Partner dich leichter in eine traditionelle Mutterrolle drängen. Selbst wenn du zusätzlich arbeiten gehst, ist deine verbleibende Zeit limitiert und stark auf Heim- und Erziehungsarbeit fokussiert. Und damit bleibst du in seinem Kontroll- und Einflussbereich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinen Freunden um die Häuser ziehst, geht dann gegen Null und gleichzeitig wirst du eher Kontakte zu anderen Müttern in ähnlichen Situationen haben. Du bist mit Kindern auch viel mehr in einem aus Sicht des Narzissen stabilisierenden Netz aus Familie eingebunden. Deine emotionalen und zeitlichen Ressourcen sind näher bei ihm und dadurch sind die Gefahr, du könntest ihn verlassen. Zu guter Letzt sind viele Narzissen bestrebt, nach außen hin das Bild einer perfekten Familie zu führen. Und dazu gehört das Klischee von Eigenheim, Auto, Urlaub, Ehefrau und Spielkindern im Vorgarten. Wenn du an einen malignen Narzissen gelangst bist, kann die Kontrolle noch sehr viel weitergehen. Er untersagt dir jeglichen Kontakt zu deinen Freunden und deiner Familie, installiert eine Tracking-Software auf deinem Handy, verlangt Einsicht in deine Mails und Chats und versieht unter Umständen sogar dein Auto mit einem GPS-Tracker, damit er immer weiß, wo du bist. Deine Isolation und damit deine Abhängigkeit von ihm lässt sich durch euer Zusammenziehen oder Kontrolle über deine Finanzen steigern und kommt meist ganz unscheinbar daher. Gemeinsame Konten gewähren ihm immer auch die Möglichkeit, deine Finanzströme im Blick zu haben. Alles nur, um sicherzustellen, dass seine größte Angst, dein Fortgang, nicht eintreten wird. Du darfst ihn nicht verlassen. Er wird alles daran setzen, dass das nicht passiert. Alles Wichtige zum Narzissmus in der Partnerschaft kannst du in meinem neuen Buch lesen. In dem findest du alles, um Narzissten zu erkennen und ihre Machtspiele zu durchschauen. Du erfährst, wie du in einer narzisstischen Beziehung überleben kannst und wie du nach Beendigung der Partnerschaft wieder zu dir selbst findest und aufblößt. Den Link zu meinem Buch findest du in der Beschreibung. Wenn du mehr zu Narzissmus und Partnerschaft wissen willst, schau mal hier hin. auch ein paar Minuten, ich schau mal hier hin. Und das ist das ein paar Minuten, das ist das ein paar Minuten. Vielen Dank.